Wir schauen an den untersten Zwei Ok Let's go Äh warte Aufnahme läuft, toll Ach kackdreck Ja meine Charaktere haben jetzt alle 5 BP Alter ich geb dir gleich 5 BP Hast du mit jedem jetzt ein BP geskill? Ja Wozu das denn? Weil du ein BP kriegst und 20% mehr Damage Achso Aber für den Kram macht auch das Range mehr Sinn und 40% mehr Damage Ja kann ich ja später auch noch skillen Ja weißt du die ganze Zeit mit 4 BP rumdümpeln ist auch kacke Ja äh hast du denn den God Booster um das umzuskillen? Ne Ja dann Viel Spaß beim umskillen Wieso ich krieg wahrscheinlich mit 125 dann den nächsten Skillpunkt den ich da rein investieren kann Mit 125? Vermute ich jetzt einfach mal Aber du hast jetzt mit 75 gekriegt oder was? Ja Den ersten hab ich mit 25 gekriegt Achso cool Henning nur ich nur nicht mal ich bin 125 Das ist so fair in der Zukunft Morgen Loll Loll Wir können wir hören die Regress-Tiers mal wieder ne? Fühl die mal zusammen Mit deinem Kram oder so Achso die müssen hier Ich muss die ja nur angreifen dann werden die in meine Richtung angezogen Ja dann laufen die in deine Richtung Aber so langsam haben meine Viecher auch ein paar Leben gell? Das dauert ne Weile bis zum Umfallen Ach Alter Mal schauen wie weit die jetzt rangezogen werden Die Lache Mach bumm Henning Ja was ist wenn der jetzt mich berührt? Ist das egal? Ja nix wir müssen dich nicht gegenseitig berühren Ja aber sterbe ich dann wenn der mich berührt? Ja neiiiin Passiert rein gar nichts Passiert rein gar nichts Ok ich bin noch ein bisschen beschäftigt Ich bin noch ein bisschen beschäftigt Ich bin hier berührt Jo Jo Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier was sind einen da unten müssen wir übrig lassen ja das dauert leider mal eine weile das heißt ich gehe jetzt halt mit dem kradar hin oder greift den an hallo hinter die runde drauf dann du bist dran oder geht vielleicht noch eins runter ins rechts runter und dann das obere zweimal so das meinte ich jetzt nicht aber okay er muss muss der anderen für auch schon anhauen warum hat sich jetzt der andere bewegt obwohl ich sie nicht angegriffen habe ja weil sich die immer um eins bewegen wenn du sie nicht angreifst das machen sie doch von anfang an schon nein nicht nicht in der brennt angreifen wie machen wir das jetzt am dümmsten ja weiß ich doch nicht scheiße ja du haust ja warte doch doch warte du haust jetzt den einen du hast jetzt beide an und den einen haust du zweimal an fertig bleib da einfach stehen vielleicht noch eins hinter so genau dann dürfte jetzt klappen was jetzt stelle ich mich einfach dahinter oder und greif beide an und ach so weil das eine jetzt erhöht ist oder was oder ne ich weiß schon nein du bleibst da so ich stelle mich jetzt hier hin oder greif beide an dann müsste es da jetzt endlich klappen oder wie gesagt direkter angriff das hat man ja vorhin schon mit deinem aoe schaden man ich dachte es klappte mit dem flammenpfeil oida nein du sollst nicht die da ums besten hat ich weiß ich mach als nächstes ne ähm ähm kannst du ja da hochgehen und dann auch noch mal irgendwie drauf dübeln welchen keine ahnung du machst das alter wir sind nicht zu dumm dafür warte mal das ist doch ganz einfach warte mal wenn ich jetzt hier hingehe dann ziehe ich den da jetzt ran so greifst du den anderen noch an jetzt greif ich den anderen noch an und gehst dann wieder da zurück genau gehst du wieder da hin oder ne hier hin damit sie aufeinander laufen ne aber wenn du dich jetzt da hinstellst ja ja so laufen sie doch hin so laufen sie doch hin wo sind deine probleme so passt ja aber ich weiß schon was hat der mag deinen besten hat jetzt gehts aber weiter 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 was ich hab doch die eingerade zweimal gehauen ach so immer von der position aus wo man gerade ist also man muss erst hauen also nehmen wir müssen man muss sich erst bewegen und dann hauen so natürlich klappt es warum hat sich jetzt zwei bewegt die werden direkt an deine position angezogen aber das können klappen weiter 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 nein was soll das denn jetzt ich habe das nicht hennig ja glaubst du ich irgendwie hat es jetzt glaubt ja ach so ach so weit der weil die eine träne in die andere reinfahren soll jetzt hat ja jetzt doch das hätte man ganz einfach schon vorlösen können wir sind bloß dumm dafür ja bin ich dafür das ist der nächste 122 bei dir naja das ne das ist klasse ich war mir nur ich bin sicher das 1 kannst du mich jetzt skillen wir gleich mal was skillen wir denn mehr leben das ist ein großer ich bin sicher bis jetzt mit 177 der größere der die größe zählt ja eigentlich immer will der restlich kannst du schnell nachziehen das ist ein witz da habe ich keine lust mal spielen mit den tiers dieses mal müssen sie mit einem monster fuse ja da ist auch bald bald der fall warum ich hab der sagt ihr kriegt das sogar hin scheiße ich kann ich kann das ding nicht angreifen die tier kannst du die angreifen dann halt da halte ich das viech da dann musst du nur die tier angreifen irgendwie aber wenn ich das jetzt angreifen wird es dann nicht immer dann dreht sich nach unten und dann geht es auch das viech da und ich halte das viech da jetzt fest ja ok ich versuch's ja so das muss ich aber ich da jetzt schon dran kommen ja keine ahnung die reichweite dazu fuck kommst nicht hin oder egal ich lasse das eine viech da übrig warte ich kann es angreifen ja ach so ja dann greif es an ja 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 ich glaubt dass die ähm spells ähm beim grau ähm von der reichweite her auch mit dem level skalieren aber ich habe jetzt irgendwie wesentlich mehr reichweite wieder vor ja ähm ja gut ich bin ehrlich ich habe jetzt mit den klassen auch nicht so seiner gesetzt bis jetzt nein die frage ist wann bewegt sich die tier ich weiß es nicht ich habe leider kein spiel nach hinten schieben kann glaube ich warte doch ich habe ne idee warte mal tausch äh ran ziehen ähm jetzt nochmal draufhauen und dann weggehen so jetzt halt die frage ist bewegt sich die jetzt wirklich oder nicht ja ich ich check die tier ist noch nicht ganz ich auch nicht haha cool ja ich weiß wie man zarkrie spielt bittes warum hat er sich bei mir dann vorher nicht bewegt ja dumm bist haha keine ahnung ja dash ja jahr ja ja jahr 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 Ja! Was? Auf dem Handy geht was kalt! Auf dem Handy? Warum spielt da nicht nicht das Legacy of the Duolist? Für PC? Genau Sarah! Genau Sarah, da bin ich auch mal gegen die Spielen! Was? Ja, da bin ich auch mal gegen die Spielen, wenn du das Legacy of the Duolist holst. So gegen den Robert, oder auch gegen den was weiß ich was auch. Ja, das ist das neueste Yu-Gi-Oh! Da sind alle Karten drin. Das kannst du bei Steam runterladen. Ich hab' den Zauberanfall, oder? Ich hab' den Zauberanfall. Ich hab' den Zauberanfall. Ich hab' den Zauberanfall. Ich hab' den Zauberanfall. Hm, ist da jemand damit abgeworben? Ja. No, du hast so'n Smithing Hammer getroppt. Ich hab' den Zauberanfall gezogen. Was ist diese Emeraldstone? Kann ja auch noch bestimmt was wert. Hab' ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Ich hab' den Zauberanfall gezogen. Ich hab' den Zauberanfall gezogen. So, Henning. Ach da, ich hab' den Zauberanfall. Ja, aber das sind alles Zauberanfall, die ich auf Monster brauche. Was haben wir, wie eine Challenge? oh come on was ist denn das hier ja wo ist die tier? da unten ich werde hier noch nicht ich schieße dagegen sobald ich kann ach ne komm scheiß drauf die machen wir jetzt nicht das sind wir zu behindert wollen wir jetzt gibt es nur 45 statt 75 gut ich hab eh kein bock auf die dinge da gibt es auch Orgress Tears die sind halt ordentlich Geld wert aber das ist trotzdem für den Arsch ja die gibt es auch so ja aber Orgress Tears sind halt ordentlich Geld wert weil die brauchen die 200er für ihre Sets und so wenn die nebeneinander stehen ist das echt dämlich auch das Dungeon hat immer richtig bock weil da gibt es richtig gut EP glaube ich ich hab gar nicht mehr so gut ich hab gar nicht mehr zu runter ich hab nicht mehr zu tun oder ich hab nicht mehr zu tun oder ich hab 30 grad, das ist halt ich glaube auch bei 30 grad Max war es jetzt noch nicht Du bist nicht so ein Yu-Gi-Oh-Fan, oder? Ich muss das jetzt nicht am PC zocken, ne Ich hab genügend Karten daheim Ja komm Euter, dann spielen wir mal so mit den Karten Dann nehm ich auch noch nen Haufen Karten, nehmt jeder so nen Stapel, dann gehts los So völlig ohne Plan, ohne Vorbereitung, einfach nur so, jo So, was macht die Karte nochmal, ach keine Ahnung, warte, was macht die Karte? Wollen wir vielleicht spätestens, wenn wir alle Stufe 81 sind, äh, kurze Pause machen? Pause Das ist das Wort, das gefällt mir nicht, Henning Ich weiß ja nicht, kriegst du dich schon langsam Hunger? Ja, ey ich werde schon längst vor 3 Stunden Pause gemacht, aber, ja Komm, Haudest, Haudest, finde ich jetzt tot jetzt Achso, ich hab gezählt, bin schon um diesem Skill Du hast das Problem, ich hab zwei Karten, ich hab zwei Karten Ach lol, das ist schon das letzte, achso Hahahaha Alter Ficker Ach, hier ist eins Nicht schon wieder Alter, warum? Warum? Warum gibt's hier so viele von den Tiers? Keine Ahnung Geht mir jetzt auf jeden Fall voll auf den Krüppel Mir auch Hab ich schon gesagt, dass mir das voll auf den Krüppel geht? Geht mir voll auf den Krüppel Keine Ahnung Schrede da wirklich so weit Chance gesehen, Chance genutzt. Das ist gekriegt, Alter, da bist du empfahrend. Das ist gekriegt, Alter, da bist du.